So meine Freunde, an einer kurzen Pause, haben wir so 2 Minuten, also nächstens bis 2 Stunden fahren wir jetzt von Wert nach Nordsee. Da kommen schön hohes Boote, da kann man Urlaub machen, da könnt ihr euch drauf buchen. Jetzt fahren wir hier an der Destination vorbei, wo man ausruhen kann, da fahren wir locker dann vorbei, aber wir haben ja schon Pause. Und ich hab noch ein paar Bilder dazwischen, der Markus wird mir das bestätigen, das sind die ganzen Segen an der Seite, das muss ein bisschen ruhiger sein, die Leute müssen hier nicht mehr stürzen. Ich finde es normal, dass es ein sehr schönes Fischfest gelandet ist. So, jetzt fahren wir weiter, ganz ruhig. Die Akzeptanz hier, dass man hier miteinander umgeht, das ist genial hier, weil hier tut sich keine weh, weil man achtet aufeinander hier. Fertig, und dann gibt es auch keinen Ärger. So ist das hier. Tschüss. Ich habe ye auch noch etwas Keys Canlimberitäten, da haben wir schon mal. Das ist alles Louise Leakpferd, wo das Leute war angeht. Ich habe lange Zeit, ich sagte so über jeden Falleien. ículi Sie, das heißt es kommen die Leute Muy hierzu, ich見て wissen Sie. Das heißt es sind wir wieder 19, wir waren jetzt anwähungen. Leute, das Blow-چ classify aufulyahren und bl grac kopepividade.